Setze dich hin, sonst flippe ich aus. Ja, er wird ja wohl kaum mit dir auf dem Sofa kuscheln, während Carla mit diesem Typen hier rummacht. Du kannst sowieso nichts dagegen machen. Oh, danke Felix, genau das wollte ich hören, danke. Ich werde jetzt den Job in Las Vegas annehmen sollen, dann würdest du auch nicht sehen, dass Carla jeden Tag mit jemand anderem flirtet. Komm, stark dazu, komm, nütz deine Chance. Rauch mal richtig zu, hau mal richtig zu. Es ist vorbei. Ich sag dir, aber es ist dann vorbei, wenn ich sage, dass es vorbei ist und nicht vorher. Okay, dann verrat mir mal, wie du an die Frau rankommen möchtest, wenn sie die ganze Zeit mit jemand anderem verbringt. Danke, Felix. Ja, das ist es. Wir verbringen Zeit miteinander, wir machen eine Reise. An die Schlösser der Loaf. Das ist gar keine schlechte Idee. Das waren wir jetzt gerade aber nie mit dir verreisen. Sie muss, wir machen eine Geschäftsreise. Manche Weingüter, abendessen in erstklassigen Landgashäusern und weit und breit kein Marcel in Sicht. Nur ich. Das ist ein genialer Plan.